eigentlich haben wir eine ausgeglichene partie erwartet so ehrlich können wir sein aber sie nehmen den gegner da ziemlich unter beschuss kann man wohl sagen wolf sie waren hier einiges wichtig und versuchen es immer wieder diesmal mit erfolg so jetzt können wir uns den treffer noch mal genauer anschauen diesmal aus einer anderen kammer perspektiven können ja